Lass mal links fahren oder? Wo wollt ihr hinfahren? C C C Lass mal bitte deutlicher sprechen und die Schatz ausmacht wollen Au, da zähl Ah, da kehrt nach C Ich fahr da auch hin Ich bin ein Flugzeugträger Ist die Kaiser Für die Nürnberg Ich bin 13km Ich bin 13km Naja, die haben auch ein Flugzeugträger Die Ujo haben die Ja, Tannu bist nicht Zerstörer oder was, ne? Du bist Kreuzern Du bist Kreuzern B wird gleich Kontakts sein Locker Zerstörer fahrende Neu Guck, da fährt schon Ist das schon einer B ist schon einer drinnen B wird eine Eingenommen Ich hole Detektiv Fick mir lehnt Ich auch Da hinten Zwölf Kilometer Ey, der ballert auf mich Mach doch nicht diese Ja, der schießt die Stimme auf Kirche Der ist gewürzig Was ist das denn? Wie will ich denn? Ach so, fällt mir vorne Dann fack mein Leben dann schießt er auf den hey denus pass auf wir fahrt in den rhein hallo ja ja ich brem drehe ab fahrt aus wir uns haben nicht drehe ab fahrt in den rhein hallo ist egal zöck der fährt durch die mitte der fährt durch die mitte durch haltet drauf der kommt jetzt fährt laner der kommt jetzt fährt laner von b der fährt schneller links 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 ja der fährt laner kommt ich schieße auf die oh scheiße torpedos kommen irgendwo her ich hab den grad half life gedrückt oh mein ok sorry boi gerad ist weg torpedos irgendwo da ja ich hab grad für euch abgefangen schieße auf den der half life ich schieße sie an ja ich schieße sie gerade an kaputt alter kaputt kaputt ich werde gerade ganze gemute drehen ich hab nein ich hab meinen kaputt gemacht wie gerade alle zum penis an zu ich kam Junge ich hab alle getankt alle wo war die FC fahren die flankieren ja das war eigentlich der gemeine plan aber eigentlich nur bis die torpedos kamen ja talking bad man du wirst ja dann geht ja ja alter einfach einschluss hat den half life gedrückt den so ich hab keine ahnung 6 torpedos für euch getankt da kam irgendwie wieviel kamen da 8 12 stück irgendwie soviel da vorne wieder 4 ich glaub wir kamen zweimal 8 dann wär richtig reingeflogen kommt wieder einer durch die mitte dann könnt ihr noch auf dem wieder schießen ich hab keine Reichweite ja warte ich hab auch eine ich bin halt ein youtube star weiss wirst du das ja ich schieße auf den ihr faggots ist weltweit bekannt das ist neue im arm geht die camera nach links Dennis nach links irgendeiner schießt auf mich dahinten da hinten 12km auf phoenix oh der ist schon half life der wird gefickt den lass ich mir schmecken den rufen sollen der wird gefickt komm noch ein stück näher zu papa aber aber komm näher komm näher komm näher ja mann noch ein kilometer alter du musst richtig gut vorzielen ich fahr gerade aus torpedos links zieh nach links volle wochen nach links ich bin wo kommt torpedos volle wochen nach links mann jetzt ist ja despaunt alter probier da durchzufliegen und zu flutschen what 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 probier da durchzufliegen dann kommt noch einer oh einer trifft dich zack alter oh der jordan hat glück alter ja das stinkgeling wird aufgegeben jordan hat richtig glück natürlich die jordan hat richtig glück natürlich auch ich hat richtig glück alter weil wir alle durchgeplutscht sind, Alter, wie Dildoß. Mal bis das fertig. Hinterm Berg, die Phönix und V-170. Ja. So, ausrichten. 6-6. Nein, das ist halt die Spawn. Sichtweite muss ich irgendwie hoch machen oder so, was es gibt. Ne, ne, ne. Achso, das ist wegen dem Nebel, genau. Jedes Schiff hat eine bestimmte Sichtweite. Dennis, kennst du dich mit Schiffen aus, oder was? Du kannst doch keinen Zerstörer schon. Jetzt wird es aber knapp, jetzt wird es aber knapp. Was? Was ist los? Ausgewichten, Alter. Findest du dreckiger Wichse? Alter, ich hab' abgebremst. Und dann nach innen gezogen. Ja, ich will sie an, gerade. Ey, den musst du richtig vorzielen. Jetzt dreht er irgendwie um, der Wichse. Ja. Ich lass ihn kurz fänden. Was macht der? Was macht der? Ah, meine Treppe vielleicht. Ah. Mann! Ist ausgewichen. Torpedos kommen. Ja, er hat was ihn gegeben. Torpedos direkt vor Ort. Ja, er hat wieder Torpedos. Ja, er hat wieder Torpedos. Da hat er getaggt. Oh, oh, oh. Da ist wieder Torpedos. Da kommen wieder die Bomber. Deswegen. Oh, oh. Ich fahr in den Berg rein. Ups. Upsi. Oh, da. Oh, der hilft mir. Ah, da. Oh, die haben doch auf den. Ja, Dennis, pass auf. Einer wird dich treffen. Oh mein Gott. Ich hab mich gefickt. Ich bin durch? Ja, einer hat mich gefickt. Dennis ist gefickt. Oh, oh, ja, ja, ja. Ach, ich hab mich gefickt, Olga. Ey, Jatan, siehst du wo die Flieger hinfliegen? Verdammt. Ja. Da, da ist der Flugzeugträger. Von denen. Let's go. Zwei, von zwei Bombern und dann noch von dem scheiß Schiff. All da kamen wir gleich entgegen. Ja. Obwohl es richtig. Naja, gut. Du wirst halt, du wirst halt, du wirst halt gefehlen auf mich. Äh, Jatan, die schießen auf dich. Von links. Ja, was ist das? Da war ich. Ähm, okay. Ich, wow. Die haben mir gerade einfach, ähm... Okay. Wie viele HP die mir abgezogen haben? 8.000 vielleicht. 5.000 so. Möchte ich jetzt nicht drüber reden. Ah, da ist der Flugzeugträger. 23 Kilometer. Nimm HE und, ähm, zünd den an. Zünd den an, Junge. Wo denn? Zünd den nicht. Der ist geradeaus, direkt vor uns. Wo? Du musst jetzt nach links ziehen. Wir fahren da jetzt runter. Richtung B. Richtung A. Er wird noch A fahren. Bei A ist der Gegner. Ja, da hinten. Ja, da hinten. 20,4 Kilometer. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 4. 1. Das haben wir richtig wenig damage gemacht, 2000 nur. Das waren 3500, das ist halt auch der Sorgepanzer, deswegen ist die Go-Live. Naja, da kann ich jetzt auch auf der Schicht, das ist gut. Ein Schuss getroffen, 2000. Der guckt schon böse auf uns. Gleich haben wir Torpedos. Der schießt auf Jonathan als erstes. Lol, der ist in der One-Shot. Lol, Jonathan ist auch down. Oh mein Gott. Ok, ich glaube das war's. Oh, da kommen die nächsten. Noch einer wird mich treffen. Das schaffst du nicht, ne. Aber einer wird mich treffen. Oh shit. Oh, die Missgeburt. Wie halt ich verspottet, guck's dir an. Den nehm ich noch mit dir, Missgeburten. Oh, wir gehen vorbei. Ach, verloren. Haben eingenommen. Unlucky-Modus. Wenigstens bist du nicht gestorben. Ja, Mann. Ok, ich esse jetzt ein bisschen. Alles klar. Keine Rücken Pizza essen, wie es uns das nächste macht. Bei der neuen Folge Welcome4Shift. Du, du willst zu sehen mich zu sehen. Ich will über dich großer erkennen, wie ist dein Vorname. Jetzt ich will Bye Bye zu sagen und ich will sein, der Brief zu warten. Hu-hri-hrii. Hu- Hu-hrii. Willenских Schaarsen. Erst considervt. Figure incumbent Gott överen. Vielen Dank.